Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem wunderschönen Tag in Alex. Es regnet zwar ein bisschen, aber es soll uns nicht weiter stören. Nach wie vor ist der Grafikpark hier. Wie gesagt, es wird ein paar Tage dauern, bis der weg ist. Aber Piranha Bytes ist ja schon voll am Werkeln und die kriegen das schon hin. Wir laufen jetzt nochmal zurück. Ein Stück, ich möchte nochmal mich dem Pais erstellen, dem kleinen fiesen Weil. Ich gerne wissen, hoppala, das war unabsichtlich, weil ich gerne wissen möchte, was der kleine Kerl vor uns geheim erhält. Was ist denn das? Das habe ich gar nicht gesehen. Eine meiner Crony-Einheiten, O3. Sie ist beim Absturz komplett zerstört worden. Ich frage mich, wo Crony O4 hin ist. Wenn er noch aktiv ist, finde ich ihn vielleicht hier in Edan. Mal sehen, ob ich ihn orten kann. Aha. Eine halb defekte Blechdose. Sehr freundlich. Ach ja, wir sind ja quasi seelenlos, ne? Also wir sind ja richtig fies. So, dann hirschen wir da nochmal rauf. Horuck. Und Horuck. So. Diesmal werde ich mich versuchen, besser anzustellen. Und ich werde mich gleich mal in Sicherheit bringen. Ich bin ja nicht blöd. Zumindest nicht vollkommen. Hehe. Achso, da sehe ich das Viech gar nicht, ne? Ja, da kann ich mich dann schon verstecken, wie ich will. Oh je, ich werde sterben, ne? Geht's jetzt, ne? Nicht wirklich, gell? Horuck. Oh, oioioioioi. Ah. Okay. Nix gebrochen. Okay. Okay. So. Ein kleiner Beißer. Oh, äh. Ich glaube, das war nicht so richtig. Au. Voll. Au. Ja, ja, ich weiß. Mit Ausweichen und so. Ich muss jetzt mal aufstehen. Ups. Äh. Die Waffe wechseln wäre cool. Ich... Halt. Äh, das wollte ich nicht. Hä? Das wollte ich auch nicht. Äh, rauf da, wenn's geht. Hallo? Ich wollte da... Ich wollte hier rauf. Ähm. Ne. Ich wollte eigentlich da raufhüpfen. Das scheint aber nicht ganz zu klappen, weil ich den jetzt immer anwissieren tue. Was ich nicht so super finde. Kann man den auch irgendwie devisieren? Nein. Nicht wirklich. Oder doch? Warte mal. Das muss ich nur üben. Warte kurz. Ich wollte ihn von da oben wunderschön weghauen. Warte, wo muss ich hin? Genau hier. Äh. Wollte ich eigentlich schön weghauen. Ich werde auch da oben nochmal schnell speichern. Man darf ja selber auch speichern. Dann spare ich mir den Lauf weg, weil ich werde wahrscheinlich nochmal sterben. Ah. Ja. Ich wollte mich richtig schön auf dem Felsen oben verstecken, ne? Und ihn dann einfach schön mit dem Bogen wegknallen. Glaubst du, das haut hin? Ne. Weil ich ja zocken tue, ne? Ja, genau. Richtig. Ach so, dann muss man nochmal anquatschen. Ich überspringe gleich mal. So. Wie gesagt, wenn ich oben bin, dann tue ich mal gepflegt speichern. So, genau. Tapp, 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 tapp. 30 Stunden später. Scheimkleister eh. So. Und haruk. So. Dann stelle ich mich mal hier hin. So. Und tue das Ganze speichern. Einfach auf Escape drücken und speichern. Dann kannst du hier, ne? Auf Eingabe. Kannst dann hier in den Spielstand eingeben. Werde mit der Maus hier hin drücken. Oder nochmal Eingabe. Und dann speichert er schon dahin. Siehste? Fertig. Bravo. So, Mistviech. Na. Du sollst ja nicht gleich ballern. Na. Jetzt erschießt er nicht. Tja. Bin schon. Hat schon hingekaut. Wow. Ähm. Sehr gut. Erfahrung plus 10. Geht doch einfach. So. Okay. Die Waffe wegstecken. Kleiner Beißer. Hat ein rohes Fleisch für uns. Und was haben wir hier? Pfeile. Das ist sehr gut. Eine Wasserflasche. Elex haben wir da. Reines Elex sogar. Aha. Oh. Amulett des Abenteurers. Und kleiner Heiltrank. Ich glaube wir werden mal kurz ins Inventar klubschen. Ähm. Was haben wir denn da jetzt alles bekommen tut? Amulett des Abenteurers. Hat. Boah. 400. Ich sage einfach mal Cent dazu. Zu dieser Währung. Keine Ahnung. Wofür das C steht. Schlösser knacken plus 1. Mhm. Rüstung plus 5. Steigert den Rüstungswert. Und Schlösser sind leichter zu öffnen. Das ziehe ich mir auf jeden Fall an. Aber schon fix. Bam. Was haben wir da noch? Ähm. Elex kann zu diversen Derivaten umgewandelt oder direkt konsumiert werden. Aha. Mahlzeit. Gut. Quest bedingt. Was haben wir denn da? Benutze den Aufzug. Das machen wir jetzt gleich. Der Weg nach unten führt mich aus der Observierungsstation. Rachefeldzug. Kallax. Kallax. Hat mich verraten. Diese Drecksau. Ja. Mehr noch. Er hat versucht mich zu töten. Ich werde nicht eher ruhen, bis er vor mir im Dreck liegt. Das ist die Triebfeder, die mich weitermachen lässt. Es wird ein langer Weg, durch viele Widrigkeiten. Äh. Durch viele Widrigkeiten. Entschuldigung. Ich bin schwach und muss zu meiner alten Stärke zurückfinden, um meine Rückkehr vorzubereiten. Damit ich eine Chance gegen Kallax habe. Gefährten. Aha. Ja. Unser Kumpel hier. Diese Blechdose. Chrony U4. Eine meiner Kampfdrohnen hat den Absturz offenbar mit einigen Schäden überstanden. Wenn ich ihn reparieren kann, ist er sicher ein vielversprechender Waffengefährte. Ah jo. Du, das ist aber gar nicht schlecht. Das haben wir dabei. Aber fix. So. Ich glaube. Da haben wir alles. Nein. Stopp. Da ist noch eine Blume. Eine Mana-Pflanze nehmen wir auch gerne mit. Und das Wetter ist wieder vorzüglich. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir haben uns hier gar nicht so schlecht angestellt. Hi, hi, hi. Ja, ja. Ich bin gerade einmal dreimal gestorben. Bis jetzt ist es schon nicht so viel. Ah ja. Ich muss mich selber auslachen. So, da hinten war man, glaube ich, ne? La, li, la, li, la. Ich schaue nur nochmal nach, ob ich wohl nichts vergessen habe. Das kann mir nämlich schon mal passieren. So, da waren wir schon. Da haben wir alles. Sehr, sehr gut. La, 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 la. So, wieder in unser Versteck hier. Die Ratten lasse ich mal am Leben. Ich glaube, die würden Erfahrungspunkte geben. Bin ich mir sogar fast sicher. Aber, meh. Ich will nicht. So, wir müssen jetzt dann mit dem Lift weiter. So. Dann tun wir Spielstand speichern. Ich würde sagen, gleich hier drauf wieder. Ja, bitte. Sehr gut. Und wir drücken den Knopf. Hoffe ich. Sehr gut. Uns springt nichts an. Dann drücken wir den nächsten Knopf. La, 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 la. Äh, was? Ja, das hört sich jetzt aber nicht sonderlich gesund für uns an. Ich habe jetzt auch einen Ausgang aus dieser stillgelegten Observierungsstation. Ah. Mein Jetpack. Der Kerl, der mich bestohlen hat, muss es hier verloren haben. Wenigstens etwas. Es wird mir helfen, mich besser vorzubewegen. Oh, super. Das lädt sich von selber auf. Das ist toll. Ich wollte es nochmal ausprobieren. Hi, hi, hi. Ich komme mir jetzt ein kleines bisschen vor wie bei Metroid. Aber nur ein kleines bisschen. Hui. Hi, hi. Das ist lustig. Ich mag das Jetpack. Was haben wir hier noch Schönes? Na, Ratti, alles fein. Ja. Was haben wir da? Eine Truhe. Werkerhose. Aha, endlich haben wir was zum Anziehen. Bietet uns plus drei Rüstung. Einfache Hose für die Arbeit im Freien. Und ein kleiner Heiltrank. Super, nehmen wir gerne alles mit. Jippie. Und werden wir uns auch gleich anziehen. So, Kleidung. Die Haxen. So. Ich glaube, so wird das gemacht. Äh. Hoffe ich. Haben wir das Höschen jetzt an? Ich glaube schon, ne? Ich soll hier nochmal nachschauen. La, 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 la. Ja, ja, das passt. Es muss halt blau umrahmt sein, dann hat man das an. Okay. So, ein Heiltränkchen. Da sind einige Tabletten drinnen. Klopapier. Ja, das Wichtigste im Leben ist Klopapier. Ja. Magnesiumfackel. Was war das? Metallschrott. Mhm. Kleiner Heiltrank. Hoffentlich werden wir nicht überladen. Vor dem habe ich immer ein bisschen Schiss. Noch mehr Klopapier. Rau, aber erfüllt seinen Zweck. Und eine Zigarette. Stinkt und schmeckt fürchterlich. Trotzdem will jeder sie haben. Also verkäuflich. Ja. Da sprechen sie die Wahrheit. Ich bin nicht Raucher, also für mich stinken die ja wirklich. Es tut mir leid. Ich will keinen beleidigen. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Vom Geruch alleine wird es mir sogar ein bisschen schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Noch schlimmer sind für mich die Zigarren. Also die stinken für mich richtig, richtig schlimm. Aber jedem das Seine und wer es halt mag, ne? Da sind ja die Vorzüge eines Menschen. Wir können ja vieles ausprobieren und so weiter, ne? Also. Wie gesagt, wer es eben mag. Und zum Verkaufen ist sicher gutes Geld wert. Kleiner Heiltrank. Vielleicht gibt es ja auch die Fähigkeit, dass wir ein besserer Händler werden. Mal schauen. Magnesium-Fackel wieder. Jawohl. La la la. Und noch ein Spind. Trockenfleisch. Aha. Ähm. Würzig, zäh und lange haltbar. Scheint wenigstens ein bisschen besser zu schmecken, als das andere Zeug, was wir gefunden haben. Und natürlich der Metallschrott, aus dem wir Sachen basteln können. Nehmen wir gerne alles mit. So. Ein Hammer. Okay. Den brauchen wir sicher, um Sachen zu bauen. Na toll. Jetzt juckt meine Nase. Ähm. 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 Wenn ich spontan niesen muss und jeder Wein nichts hört von mir, dann hat es mich zerrissen. Na, Spaß. Magnesium-Fackel. Das Land der Berserker. Ihre Waffen würden mir jetzt helfen. Hm. Aber sie werden sie mir wohl nicht freiwillig überlassen. Wahrscheinlich nicht. Was kann ich mit der Ratte machen? So nix, ne? Nicht wirklich. Wenn wir da hochkrettern, wird es uns auch nix bringen, wahrscheinlich. No. Na gut, dann schauen wir nochmal kurz rein. Jetzt Inventar. So. Metallschrott. Ja. Dann haben wir eh schon. Was haben wir da noch Schönes? ein größerer Heiltrank, also ein Heiltrank, ne? Heilt alle Arten von Verletzungen. Das ist super. Vom Essen her, das Trockenfleisch, das hatten wir eh schon. Aha, ist noch was? Aha. Braucht ein bisschen länger, bis es merkt, dass wir es aktiviert haben. Einfach ein bisschen mit der Maus umbleiben. Und dann klappt es schon. Aha, mit E kommen wir weiter. Okay, passt. Brauchen wir nicht. So. Halt. Was war da? Noch eine Magnesiumfackel. Gut. Nehmen wir auch mit. Haben wir jetzt einmal alles? Da vorne ist, glaube ich, ein Viech. Aha, warte. Natürlich, was machen wir? Richtig, wir tun wir mal speichern. So. Sehr gut. Weil der Typ da vorne, der hat uns ja bestohlen. Vielleicht hat er sich verletzt, der Depp. Schauen wir mal. Wir kennen es ja auch. Manchmal werden aus Feinde, Freunde. Mal schauen. Na, du Gauner. Aha. Psst, leise. Aha. Ist eh klar, dass wir aufs Maul kriegen, ne? Geht's wieder? Du bist zu laut. Dich hört man schon aus 500 Meter Entfernung. Bist du ein Speer oder sowas? Es gab Zeiten, da hättest du mich nicht einmal gesehen, bevor du deinen Kopf verloren hättest. Die Zeiten sind offensichtlich schon lange vorbei. So wie du aussiehst, überlebst du keine zwei Tage in dieser Gegend. Schön. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Ich komm schon klar. Unterschätze mich besser nicht? Ich denke. Unterschätze mich besser nicht, Freundchen. Du weißt nicht, wen du hier vor dir hast. Das kannst du halten, wie du willst. Ohne Hilfe wirst du nicht weit kommen. Ich gebe dir 24 Stunden. Wer bist du? Mein Name ist Duras. Ich bin Berserker und stamme aus Goliath. Der Hauptstadt von Edan. Hauptstadt nennt ihr das. Ihr seid nicht mehr als ein Haufen Wilder, die in den Ruinen der alten Welt hausen. Das Land Edan wäre besser dran, wenn ihr Berserker endlich verschwindet. Wenn du nicht in der Wildnis verrecken willst, brauchst du Hilfe. Also hüte besser deiner spitze Zunge. Wo bist du überhaupt hergekommen? Okay, die Berserker mögen es, wenn man kalt ist. Das ist richtig so ein horter Burschis, ne? Aus der Observierungsstation. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht, was dich das angeht. Hm. Hm. Ich nehme das obere mal. Aus der Observierungsstation. Hm. Jemand wie du hat an solch gefährlichen Orten nichts verloren. So abgerissen, wie du aussiehst, hast du die letzten Tage wohl einiges mitgemacht. Aber keine Sorge, ich werde mich schon um dich kümmern. Die Gegend hier ist nicht sicher. Vor einigen Tagen ist eine dieser Flugmaschinen der Alps oben in den Bergen abgestürzt. Wenn wir Pech haben, schwirren immer noch ein paar Alps in der Nähe herum. Wir sollten hier so schnell wie möglich wieder verschwinden, bevor sie dich halbe Portion noch einkassieren. Ja, ist so nett. Du weißt gar nichts. Sag das nochmal, du Kröte. Vorsicht, du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mäh? Vorsicht. Du weißt nicht, mit wem du es hier zu tun hast. Mir machst du nichts vor. Schau dich doch mal an. Du bist erledigt. Du hast nicht einmal vernünftige Ausrüstung für die Wildnis hier draußen. Du solltest dich besser in den Schutz einer Gemeinschaft begeben. Ich könnte dich nach Goliath in unsere Stadt mitnehmen. Da wirst du erst einmal in Sicherheit. Die Alps sind auf der Jagd und ergreifen jeden, den sie hier draußen herumstromern sehen. Du kannst natürlich auch allein dein Glück versuchen. Nicht weit von hier am Waldrand im Norden patrouilliert eine kleine Truppe Alpssoldaten. Sie würden sich sicher freuen, dich zu sehen. Warum willst du mir helfen? So wie ich das sehe, bist du ein Flüchtling. Ein Gejagter der Alps. So wie alle anderen freien Menschen auch. Das macht dich nicht zu meinem Freund. Warum interessiert dich das? Hm. Nee. Warum interessiert dich das? Die Alps greifen jeden freien Menschen auf, den sie hier draußen finden. Ich hoffe, ich muss dir nicht sagen, dass das deinen Tod bedeuten würde. In allen Ländern auf Magalan wird gekämpft. Die Welt befindet sich am Abgrund. Und ein Kerl wie du, dreckig, schwach, vogelfrei, sollte sich besser an diejenigen halten, die den Alps die Stirn bieten können. Okay. Ich werde mir schon zu helfen wissen. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Ja. Warum? Ja. Was sagt mir denn, dass es mir bei euch Berserker nicht genauso geht? Egal, was du über uns gehört haben magst. Glauben würde ich nur das wenigste davon. Mach dir besser dein eigenes Bild. Also, wenn du nicht lebensmüde bist und den Alps direkt in die Arme läufst, hast du Potenzial. Du solltest mir in unsere Hauptstadt Goliath folgen und die erst mal vernünftige Ausrüstung besorgen. Okay. Meine Ausrüstung ist weg. Niemand hat mich bestohlen. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Ja, ich denke ja. Na schön, dann geh vor. Bring mich in deine Stadt. Aber schön langsam, damit ich dich im Auge behalte. Dein Misstrauen ist verständlich, aber ich bin die beste Option, die du im Moment hast. Falls wir uns irgendwie verlieren sollten. Goliath liegt im Osten am Fuße des Berges. Das Licht unseres Mana-Schreins kann man von Weitem schon gut sehen. Jetzt mach schon. In Ordnung, hier entlang. Maler-Schrein. Hey, warte, nicht so schnell. Ich muss dir noch schauen, ob du so viel sagen wirst. Da deichseln nochmal. Immer fort, nur schnell und gehen wir, gehen wir. Hä? Aktion wie Sprinten mit die Pfeiltaste und Shift-Links. Angreifen, linke Maustaste mit E. Oder ausweichen, zweimal in eine Richtungstaste drücken. Kosten, Ausdauer. Sinkt sie auf Null, kannst du diese Tag nicht ausführen. Ach, ne. Großer Heiltrank. Nehmen wir gerne mit. Halten wir noch was. Klettert glaube ich nur, ne? Oh, und der Part ist zu Ende. Na gut, dann bleiben wir mal kurz hier stehen. Ist ja schon weckerend. Na, davon steht er. Wir beenden den Part und machen im nächsten weiter. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.